Musik Eine Klanginstallation in einem wunderbaren, wunderschönen, riesigen Raum einer Industriebrache aus den 50er Jahren, der eine ganze, ganze Weile schon still steht. Und wir haben zwei Künstler eingeladen, Sam Auringer und Hannes Strobl, hier eine Arbeit für und mit dem Raum zu machen. Man hört, man erlebt, man kann die Augen schließen, man kann sie auch öffnen und man wandert sozusagen den Klängen im Raum hinterher. Man kann also wirklich überall seine Ecken finden und soll sie auch finden und sich bewegen im Raum. Man kann sitzen, man kann eine Stunde bleiben, zwei Stunden. Das Stück ist insgesamt ca. 50 Minuten lang und wiederholt sich dann. Wir haben jetzt nichts dazu gefügt. Wir haben eigentlich nur was weggenommen und die Fenster aufgemacht. Und auf einmal bewegen sich die Lichter. Der Raum hat ja eine eigene Qualität, die dann mit dem Klang zusammen eben dieses spezielle Erlebnis produziert. Musik Musik Vielen Dank.